Scheiße, ich muss noch ne Grußkarte für ne Freundin machen, die morgen 18.00 hat. Ja, das dauert nicht lang. Scheiße drauf, alles guter Bitschi. Nein, du Spacken. Blass mir einen Swag, Alter. Das ist ne gute Freundin. Der muss sich ein Uso13 schenken. Sie ist ne richtig gute Freundin. Verstehst? Ne. Wehe. Ne, ich mach sowas nicht. Bist schon gut gestraft, dass du runtergefallen bist und gestorben bist. Ne? Stimmst du mir zu, oder? BAN! Ach gut, ich leb wieder. Oh, ich leb wieder, Alter, ich leb. Wo sind die beiden hin? Ne, wo ist Kubi hin? Puff. Ey, Nico, ey, guck mal, äh, gleich kurz mit. Ah, ich kann den nicht tüten. Ähm, Achtung, hinter dir. Ähm, du brauchst Stein. Rate, wie viel ich grad hab. Durch das Alleinige, ich zeig's dir gleich mal, wo ich langgebuddelt bin. Kommst du kurz mal schnell mit, dann gleich. Okay, jetzt kann's. Komm mit. Ich brauch keinen Stein, äh, ich bau grad ab megamäßig viel. Ja, ich will dir zeigen. Komm mal kurz mit. Das ist jetzt, das hier, ist bisher Rohfassung. Bester Freund des Menschens auf rechts. Nico! Alter, ich schalte gleich den Chat aus, ernster. Ach so, das hast du gebaut? Nice. Das wird aber noch, äh, schöner gemacht. Äh, also willst du, willst du, willst du, äh, ich hab noch was von dir, ich hab noch was von dir. Da. Und das da. Was, 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 was? Uh. Willst du mir jetzt eigentlich noch helfen, einen Stein abzubauen, oder nicht? Äh, warte, ich will jetzt hier eigentlich sehr gerne mein Ding machen, was ich jetzt geplant hab. Ich mach mein Ding. Also für das brauch ich jetzt erstmal eine gescheite Höhe. Also ungefähr so bis zu die... Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du brauchst erstmal eine gescheite Höhe, dass man da noch immer drunter durchgehen kann, ohne dass man irgendwie, ähm, selbst Brain-Up-Fuck kriegt, weil die Kopfschmerzen kriegt, weil man einfach keinen Platz zum Kopf hat. Hm. Das logisch. Das ist die PewDiePie-Lacke offiziell. Hm, ne. Der PewDie, der ist... Mein Rücken hier auf der Höhe. Das ist okay. Fichtenholz, ey. Wir haben Fichtenholz, das ist so räudig. Ich find Fichtenholz im Scheiße. Äh. Ich imitiere grad einen Zombie. Äh. Ja. Das klang sehr, äh, realitätsnah. Sag mal. Musst du schon sagen, du bist echt gut. Finde ich auch. Weißt du, was heftig ist? Ich baue hier einen Stein ab, um den Stein wieder hinzusetzen. Das ist ne Logik, oder? Ja, ist voll logisch. Eigentlich stinkt, aber du stinkst mehr. Ahahahahaha. Er ist ja fast schon so gut wie der mit... Ähm, egal wie dicht du bist. Güte, war dichter. Ich find den gut. Wir hätten die Lachen drüben megamäßig, weil der mal auf den Sack geht. Wetten, dass es mir irgendwie ein bisschen scheißegal ist, weil ich den Chef, wenn ich sein muss, einfach wegmachen kann. Ja, ich mach bei mir auch den Chat gleich weg. Geht mir megamäßig auf den Sack. Oder ich verkleinere ihn. Option, wo geht es nochmal? Äh. Äh, Grafikeinstellung? Nee, nicht Grafik. Steuerung? Wo kann man den Chat nochmal kleiner machen? Ähm... Unter Chat-Einstellungen? What the fuck, wo sind denn die? Ich hab wieder den Shader vergessen. Wo sind Chat-Einstellungen? Ich seh das halt grad echt nicht. Die gibt's nämlich nicht. Mongo. Steuerung. Komm, Grafikeinstellung. So. Äh. Die Mission. Ah, Mann, Mann, Mann. Frau, Frau, Frau. Na komm. Ich find's irgendwann anders, aber heute nicht. Die Welt braucht mehr Abwechslung. Deswegen sagen wir nicht mehr Mann, 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 sondern Frau, Frau, Frau. Ey, gib mir mal zwei von meinen Pickaxe wieder. Ich brauch wieder welche. Alex. Alex, ich brauch Pickaxen. Ich muss unten abbauen. Ich brauch die eine mit Effizienz und Haltbarkeit. Okay, du Spacken. Entschuldigung. Ich bin hin und wieder ein bisschen fies, aber... Entschuldigung. Tut mir... Tut mir nicht leid. Echt nicht leid. Ähm, warte. Ich muss noch Sachen bauen, basteln. Eier. Wir haben wieder Eier. Eier. Jetzt können wir wieder ein paar Eier braten. Eier. Ganz viele Eier. Wir brauchen Eier. 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 Eierwurst. Wir brauchen Eier und Eier in der Hose. Äh. Ein letzteres ist für einige sogar schon zu viel. Sag ja nicht, mir reichen die Treppen nicht aus, ey. Oh. Auf einen Millimeter genau reichen die Treppen aus. Das ist... Besser geht's gar nicht. Sag mir, wann du kommst, ne? Du willst wieder sehen, wie ich runterfalle, oder was? Hä? Nee. Bei was denn? Ich bin nicht in der Höhle drin. Ach so? Ich bin ja Bauern, Alter. Alter, ich bin nicht in der Höhle gerade. Ich bin, ähm, in der... Ding. Das ist normal in der Farm. Moment. Oh. Wer ist denn... Ernsthaft? Aha. Ey, komm mal her, komm mal her. Komm mal her. Und schau mal her. Wie bist denn du? Hi. Schau mal her. Da unten ist ein Baum. Narkazienbaum. Siehst du ja, ne? Werde ein Block weiter in meine Richtung. Also hier nach hinten. Könnte ich den einfach zur Hälfte stehen lassen. Und würde perfekt passen. Aber... Aber... Es steht am falschen Platz. Weil da könnte ich es perfekt mit der Kante aufschließen lassen. Aber leider, nein! Scheiß Akazienbaum wächst random. Pum! 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 Ich schieße die Eier rein. Kommst du jetzt mal kurz her? Ähm. Creeper! Creeper! Töten! Meiner, meiner, meiner. Moment, ich will nur noch kurz diese eine... Es ist so, dass die Creeper zu denen rennen, aber weniger ist das andersrum. Ich renne zu den Creepern. Ja, pp. Meine Hüder versuchen zu fliehen, aber sie können nicht, weil sie zu scheiße sind. Okay. Du musst sagen... Ist der da? Ist der da? Ist der da? Es sieht nicht schlecht aus. Aber es ist ja noch nicht mal fertig. Also, wenn es fertig ist, dann wird es richtig episch. So viel zum Thema Eigenlobstinkt. Du kannst dir die Spitzhackels holen in 5, 4, 3, 2, 1. Glück gehabt. Ne, die wollte ich gar nicht. Ich wollte die andere. Du wolltest die Behutsamkeit, Alter! Nein, ich wollte die eine mit Effizienz und Haltbarkeit. Das Problem an der ist, die wollen wir uns doch aufnehmen für die Glücksspitzhacke. Ja, aber ich baue die einfach runter. Ach, stimmt. Auch wieder. Ja, sie... mein Bein juckt. So. Ähm... Wann hilfst du mir, ähm... Zeug abzubauen? Steine abzubauen? Ähm... Da ich jetzt demnächst Steine wirklich selbst brauche für die Bodenplatten... ...leicht. Finde ich gut. Sobald ich... Ähm... Dann nehme ich nochmal Eisen mit. Ne, ich mache es anders. Ich nehme Ofen mit. Hoah! Hoah! Oh, jetzt kommt man schön in meine Festung rein. Das ist der Beste. Du musst dat. Du, statt geil. Habe ich noch Akazien? Nein, dann muss ich kurz Akazien-Farm gehen. Hoah! Alter. Lass ihn nicht. Alter, du bist mega leise geworden. Was? So, jetzt bist du wieder laut. Fuck, ich backe im Baum fest. Fuck! Scheiße! Wat'n Nieser, ey. Der war ja mega laut. Ich bin rausgepackt! Woho! Au. Hast du gerade Schaden gekriegt, oder wie? Ja, wieso? Ach so. Dann ist gut. Ich habe keinen Schaden gekriegt. Ich bin halt im Baum drin gesteckt. Und ich hasse es, im Baum drin zu stecken, weil Bäume sind einfach ekelhaft. Die sollen zu Papier werden und fertig. Ich habe keinen Schaden-Farm-Farm-Farm-Farm-Farm-Farm-Farm-Farm-Farm. Ja, what the fuck? User in your channel, timed out. Zoe Getsu ist offiziell rausgeflogen. Ah, okay. Ich dachte schon, was machst du wieder? Ich darf nicht. Ich darf nicht mal... Ja, gleich craft ich ein paar Picken. Dann können wir auch unseren Spaß nämlich, äh... Ah, die haben Gewitterproblemen, glaube ich. Kann sein. Weil Gewitter zerstören Objekte. Ich weiß. Also, ne, brennen an und, ähm... So, ab in den Minus. Ähm, Fire Spread of Force, bitte. Wer ist sozusagen das Fährste? What the fuck, wo ist... Ach, da. So, habe ich alles dabei. Pickel habe ich dabei. Überlebenszeug. Ja, komm. Und ich wollte... Moment, wenn du kurz wartest, bin ich gleich dabei. Okay. That's the way, ah. Alter, man sieht mit Shaders nix im Wasser. Gar nix. Ja, Shader macht nur, dass das Wasser sogar noch schlimmer wird, weil man einfach plötzlich... Alter. Man sieht nichts in der Höhle. Shader ist ja auch nicht für Höhlerkundung gedacht, Alter. Alter, erst mal ausmachen. Ähm. Oh, ist er. Habe ich echt keinen Dreck mehr? Ich habe keinen Dreck mehr. Das ist irgendwie unlogisch. What the fuck? Weil ich gerade die Hälfte des Berges wieder aufschüttet, den ich weggebuddelt habe. So, ich stelle jetzt Kisten auf. Das sind Kollegen und Leute, baut niemals euer Haus aus Holz. Genau. Vor allem bei Gewitter. Vor allem in Minecraft. Vor allem in Minecraft. Nee, komm mal, da weiter kann er weg. Du musst mal eigentlich auch sein, um sein Haus aus Holz zu bauen. Ich würde es nie aus Holz bauen. Nachdem es mir halt mal abgefackelt wurde. Von einem Kumpel. Nee, ich Burg anbauen. Ich meine, ich muss immer noch hier ein bisschen Dreck wegbuddeln. So, Pflastersteinkiste. Ungefähr so viel müsste da reinkommen. Was? Alter, fick dich. Wen meint er? Oh, ein Chat lesen. Was ist mit dem Qubi los? Danke, dass du das für mich machst. Gern geschehen. Weil, ich glaube, Qubi hat mich verteidigen wollen. Und da, auf meine Aussage hin, hat er irgendwie so angefangen zu ragen. Geht bei denen ab. Ah, wahrscheinlich tut sich gerade Tepieros denken. Ich knüppel mal kurz die PvP-Bosse weg. Und die nur so... Ich würde echt gerne wissen, was bei denen gerade abgeht. Ich auch. Problem. Taten Qubi.